es darf doch langsam nicht mehr wahr sein alles allein was ist denn hier lena ja wie sieht der herd aus ja ich mache ich mach das schon selbst jetzt und hier für was haben wie eine spülmaschine wer soll das machen wenn du mal alleine wollen wer soll das alles machen fräulein du bist mittlerweile 17